Und damit herzlich willkommen auf meinem Hosting-Kanal. Hallo Leute, heute spielen wir eine kleine, feine, einfach Demo von Lyofobia. Ja, ihr habt mir gedacht, so kurz vorm Jahreswechsel ist ja schon heute soweit. Und ja, mal gucken. Options. Maul, wo, hier, hier. Ich habe keine Ahnung was uns erwartet, außer dass wir irgendein Student sind, der mit dem Flugzeug abstürzt und in der Pampa landet. Und ja, da sind wir mal. Wir sind ein Student, Collecting Some Weather Data, also wir sind Student und sitzen im Flugzeug. Ja, da sind wir nun. Flugzeug ist hinüber. Ja, da sind wir da. So leid! Find three orbs and be free. Leute, was sind Orbs? Ich kenne Orks, ja. Die sind böse. Orks. Typis! Press A. Ah! Ob mir das weiterhilft? Keine Ahnung. Aber jetzt haben wir hier noch einen Moment. Orb 1 Location. Ah! Da ist ja das Flugzeug. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir kommen wieder zurück. Äh, nein. Orb 1 Location. Ich glaube, da müssen wir hin. Wie war ich jetzt? Ah, ja. Wir sind... Jo. Ah, ja. Wir sind... Jo. Was war das? Hallo? 2,55. Hallo? Oh! Oh! Was ist denn das? Ein Kopf? Warum? Jetzt hab ich gedacht, das ist der Gluck. Oh ne! Wollt ihr alles noch von vorne? Och Mensch! Shit! Äh, echt muss ich mal überlegen. Fäger! 195,88 195,88 195,88 195,88 195,88 Da müsst' ich ja mal den Berg hoch! Ein 100,85 Mal ob ich mein' ist schlecht! 100,85 Dann müsste ich ja mal den Berg hoch! 155, 288, Reo Renne. Hilfe, Musik. Irgendwann entferne ich mich da immer weiter weg, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, also hallo? Feuer? Ich bin jetzt aber nicht wieder beim Flugzeug, oder? Danke, danke. Also, Leute, ihr seht mich etwas sprachlos. Ich glaube jetzt einfach mal... Aber dann kommen wir der Sache schon näher. Hoffe ich doch irgendwie. Ne, wenn man die X- und Y-Achse auf einmal irgendwie auf dem Plan haben soll, ne, Leute? Ich rede wieder ein Dümpfelfeule. Ah, komm mal was anderes schon näher. Hauptsache der böse Kopf kommt nicht mehr. Moment, wir bewegen uns jetzt wieder weiter weg. Oh! Ne, 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 nicht. Also hier entlang mal. Oh, das ist nicht einfach. Wenn man nur gerade auslaufen soll, oder nur links und rechts, dann ist es einfacher. Hier müsste es doch irgendwo... Da fühle ich da komische Kopf. Oh, ne! Ha! Es müssen verschiedene Tönen hier. Gibt's denn nicht? So ein Fool! Ich bin sprachlos. Leute. Ich laufe jetzt einfach mal, weil... Wer braucht schon ein GPS? Irgendwann werde man ans Ziel kommen, hoffe ich doch. Oder auch nicht. Oder was meint ihr? Ah! Hola! Pick up an Orb and a Note. I need to set up an a forest. I need to exciting the forest. See! Orp in Tube Location. Uh! Leute. Ich hab's so, glaub ich, besser gefunden ohne... Ohne... Holla die Waldsee. Ah! Das schön der böse! Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Er sieht mich nicht, er kriegt mich nicht. Ich folge jetzt einfach hier im Instinkt eines Indianer-Jones. Ich finde es teilweise ohne GPS und Navi und mit der Wünschelrute. Und ich hab ne Taschefunkel des Landbaums Papa. Irgendwann finde ich das Teilchen. Ho, ho, ho. Lippi, hei, hei. Was macht ihr so, Jan Silvester? Ich leb hier unter dem Motto Brot statt Böller. Ich kann es vielleicht also gar nichts abempfinden. Ich sitze wahrscheinlich hier vor meinem alten Laptop. Machen ein paar Let's Plays für euch da draußen. Ich mag das nicht. Was? Renn, rennen vor uns. Blau, blau. Ja Leute. Den ersten Schnubbel hab ich ja gut gefunden. Aber jetzt mal zurückzukommen zu Silvester. Ich mag das nicht. Das ganze Gekrache und Lärm und bla bla bla, das ist nicht meine Welt. Ich gib's Geld lieber für sinnvolles wie Essen aus. was wenn dasuumsegeliekt... auch mal kurz entlang Danceicion... Aber wenn du noch was sag ich, guck mal The music was... Der Scheussball Band, und da kommt wieder so ein böses Teil. Schön Schкимister. Er kommt, er kommt. Er kommt. Er ist weg. Diese Gehäuse. Also ich finde das Spiel wirklich sehr sehr schön. Gefällt mir. Obwohl ich jetzt das Zweite, den Zweiter ordnet finde. Also hier bewege ich mich weg. Und in die Richtung. Ah, da hat Ich habe mir das aufgeblindelt. Ich könnte wetter. Nein. Heieieiei, wo ist denn dieses Pfeil? Aber ich werde sagen, mir komme der Sache etwas näher. Das ist ja auch ein riesig Senkengebiet hier. Spielen könnt ihr euch eigentlich, eigentlich, könnt ihr euch gerne selber mal runterladen und spielen. Hier, wie gesagt, ist eine Alpha-Demo. Auch scheint etwas älter, glaube ich. Weil ich spiele ja meist nicht so ältere Sachen. Wo sind wir jetzt? Ich würde sagen, wir kommen näher und näher. Aber ich finde sie. Hallo? So. Nochmal leden. 315488. Jetzt muss ich in die Richtung. Leute, 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 ich finde es zwei Dinge. Also, das ging mir denn. Gibt es ja nicht. Was für Geräusche gibt es nicht. Aber bevor ich es vergesse, wünsche ich euch allen natürlich einen wunderbaren, tollen Start ins neue Jahr. Nein. Mist, das gibt es doch nicht. Ich probiere es nochmal. Einmal probiere ich es noch. Wie gesagt, wünsche ich euch allen einen tollen Start. Jetzt naja, passt auf, wenn ihr da rumböllert und macht und tut, ne. Trinkt nicht so viel. Habt euch lieb, haut euch nicht. Habt Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder gesund und munter im nächsten Jahr sehen werden. Oder würden. Würde ich mich freuen. Dank an meine Abonnenten, die ich hier alle mit herzlich grüße. Danke euch allen, die mir zuschauen, die mir mal einen Kommentar da lassen oder eine Bewertung, ob gut oder schlecht. Ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall. Hilfe, 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 Hilfe. Hm, hier irgendwo ganz in der Nähe muss es sein. Nein, da in die Tasche, Torekopf. Ja, wie gesagt, bleibt gesund, anständig, nicht so viel trinken und aufpassen, was euch nichts passiert da draußen in dieser bösen Welt. Ja, Leute. Ich würde sagen, was war's für heute mit Hylophobia. Ja. Hat mir wirklich gut gefallen. Bloß ist es etwas schwierig mit dem Navigieren und dieser Achse einzuhalten, aber es hat Spaß gemacht. Verzweifelt euch mal. Wann ich kein Set. Ich hoffe ja auch. Und in diesem Sinne. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder anschaltet auf meinem Posting-Kanal habt ihr die Zeit anständig und kommt gut ins neue Jahr. In diesem Sinne. Tschüss und danke für alles. Tschaui. Tschüss. Tschüss. ieran